Hallo und herzlich willkommen zurück zum Abenteuer der Limelight. Also zu allererst einmal ich persönlich, ich war super baff, wie die Rezessionen waren, die wir von Patreon erhalten haben und wie das tatsächlich angelaufen ist. Und da möchte ich mich jetzt an erster Stelle erstmal bei unseren ersten Patreons bedanken. Der erste Patreon, bei dem ich mich bedanken möchte, ist Bradley Tongari, Markus Oppermann und Chico Manoli. Vielen Dank für eure Unterstützung, das ist absolut fantastisch. Wir waren total erstaunt und es hat uns regelrecht aus den Schuhen gemacht. Ja, was sehen wir denn heute? Also dieser Film handelt von Pedro González, wo wir ein schönes Strandbarbecue gemacht haben mit einem Trägerfisch. Und dann waren wir noch auf der Insel spazieren, haben uns das Ritz-Carlton auf der Insel angesehen. Bisschen Obst geerntet. Dann wurden wir ja auch noch verjagt, so gesehen. Also nicht wirklich verjagt, aber ihr werdet es ja selber sehen. Danach sind wir nach San Jose gesegelt, in die Bucht, wo die Hacienda del Mar ist. Dort ist ein wunderschönes Resort. Den nächsten Tag haben wir Michaels Geburtstag da verbracht. Super lecker gegessen und hatten eine tolle Quad-Tour. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten dadurch sehr viele tolle Ecken von der Insel sehen, die wir so nicht gesehen hätten. Ja, und das erste Krokodil haben wir in der Bucht gesehen. Da ist auch was dran. Zwar nur ganz kurz, aber wir haben es gesehen. Schaut einfach mal rein. Genau, viel Spaß beim Gucken. Tschüss. Tschüss. Musik Es ist der 5. November 2020, wir liegen noch vor Isla Pedro González Und heute hat die Cindy Geburtstag Alles Gute Cindy und lass dich schön feiern Und jetzt vor dem Frühstück gehen wir nämlich schwimmen Es ist heute herrliches Wasser, herrliches Wetter Das werden wir jetzt nutzen So, jetzt kommt die Annette dran Mit Anlauf So, jetzt müssen wir deinen Krüppelsprung auch noch filmen Er fehlt beim Sprengen Ja, filmen wir beim Sprengen Das ist eine gute Idee Film aber beim Sprengen So sieht unser Frühstückstisch aus Selbstbeamtete Papayas Und ich muss sagen, Gabi, dein Senf war sehr lecker, aber er ist jetzt alle Also wir freuen uns über noch den Senf Und wir haben heute schon eine neue Entdeckung gemacht Wir haben nämlich was gesehen, Glenn? Einen springenden Riffmanta Einen Riffmanta, der hier auf dem Wasser rumklatscht Er ist total laut Das machen die nämlich, warum? Um ihre Bakterien oder Parasiten loszuwerden Genau Wir haben einen neuen Solarregler von Victron Energy Der bis zu 50 Ampere Solarleistung aufnehmen kann Und den schließe ich jetzt an Da haben wir noch drei Solarpanels, die da angeschlossen werden Und so sieht das aus, wenn der Michael was baut? Ja, den Solarregler anschließt Es sind immer wieder schöne Ecken, wo man arbeitet Das wird hier abisoliert Das sind die Kontakte für die Solarzellen Der Solarregler ist angeschlossen Alle drei Solarpanels sind jetzt auf dem neuen Victron Regler Und unten habe ich den anderen Regler noch Da werde ich dann noch einen Solarpanel für die Starterbatterie anschließen Ja, ich weiß, es ist nicht so toll verdrahtet Aber ich finde mit den Möglichkeiten und meinen Fähigkeiten Bin ich eigentlich recht zufrieden Also bitte keine Kommentare für das schlechte Kabelverlegen Seit vier Stunden ist der Glenn hier am Angeln Was angelst du denn? Nichts Nichts? Ich versuche mir nur einen Köderfisch zu besorgen Damit man heute Nacht vielleicht was Großes damit fängt Aber das will alles nicht Okay Naja Aber Geduld muss man halt haben Genau Wir werden sehen Wenn sich was verändert, dann werdet ihr das bestimmt auch erfahren Sehr gut Oh ja, das ist einer Das sage ich doch Dann würde ich aber mal Der Glenn hat einen schönen Triggerfisch Oh Ja Ein richtiger Schöner, großer Triggerfisch Pass auf, den hältst du nicht fest Ich sag's dir Den hältst du nicht fest Kräftiges Tisch Was gibt's denn hier heute zum Frühstück? Ein Smoothie, würde ich sagen Ein Smoothie? Mit Papaya und Banane und Kokosnuss und Nango Zitrone Okay Ein bisschen Vitamine zum Frühstück Wie man viel Energie in den Tag starten kann Und was man da in der Kokosnuss sieht Das ist nämlich eine Trinkkokosnuss Das ist noch kein richtiges Kokosfleisch Sondern eher so Kokosgelee Genau Landgang auf Isla Pedro González Mal gucken, wie lange der Landgang geht Mal gucken, wie lange der Landgang geht Das ist der Blick auf die Bucht, in der die Limelight liegt Vom Hotelkomplex Ritz-Carlton auf Isla Pedro González Mal gucken, wie lange der Landgang trug ist Also wie lange der Landgang erholt Mal gucken, wie lange der Landgangsrück ist Mal gucken, wie lange der Landgang Da hinten fahren Mama und Papa zurück aufs Schiff, die werden unser Barbecue vorbereiten und ich bleibe hier am Strand und suche schon mal den perfekten Spot dafür und natürlich auch das Feuerholz, damit wir das auch schön zum Brennen bringen können. Ich bin hier ganz alleine und ich versuche jetzt mal mein Glück. Ich habe jetzt mal ein bisschen Holz gesammelt, es ist nicht wirklich viel, ich weiß aber auch nicht, wie lange wir hier sitzen wollen. Ich habe schon ein kleines Feuerchen aufgeschichtet und jetzt werden wir mal gucken, ob das auch wirklich brennt. So, jetzt nach dem zweiten Versuch hat es endlich hingehauen, es brennt, Licht hallo! Jetzt wo ich sehe, dass es brennt, befürchte ich nur, ich habe gar nicht genug Holz. So ein Mist. Dann muss ich mich jetzt nochmal auf die Suche begeben. Was ein Anblick. Ein Strand, ganz leer, in beide Richtungen, ein schönes Feuerchen. Wie Robinson Crusoe. So, der Fisch ist fertig. Das ist halt echt fies, gerade mit dem, ja, das war ein falscher Moment. Da ist der Fisch, sieht lecker aus. Das Feuer ist gerade an und jetzt haben wir eine kleine Runde Spaß, das hier alles auf dem Teller zu verfrachten und richtig fertig zu machen. Oh, der sieht aber auch gut aus. Mh, guckt euch das an. Darf ich mal die Hand über dem Feuer wegnehmen, danke? Ja, jetzt darfste. Wunderbar. Nicht so viel wackeln. Wir haben lecker gegessen. Jetzt wird das Feuer nochmal ein bisschen angefacht. Das ist eine herrliche Nacht. Fantastisch. Wir wollen ernten gehen. Wir haben nämlich hier einen Papaya-Baum gefunden. Im wahrsten Sinne ein Baum. Da oben sind die. Und der Glenn, der versucht das jetzt mal hier mit den Steigeisen. Da bin ich echt gespannt. Ihr habt ja sicherlich meinen letzten Versuch gesehen. Das hat alles nicht geklappt, weil die Palmen alle zu dick waren. Aber die Papaya hat genau den richtigen Durchmesser. Das ist ein Riesenviech. Ist das geil? Das scheint zu funktionieren. Ja, wir haben einen neuen Berufszweig für den Glenn. Also irgendwie zittert dich aber da oben so Glenn. Zitterst du so doll? Ja, nur. Boah. Wenn du da so abrutscht jetzt, dann bist du gleich hier unten. Ja, das geht schon ab irgendwann. Boah. Boah. Der macht ja Riesenschritte. Meinst du, der ist stabil genug und fällt nicht um? Schwitzt du schon? Ein bisschen. Und jetzt muss ich leider aufhören zu filmen. Boah. Ist das am Schwanken. Jetzt muss ich die alle auffangen. Erfolgreich acht Papaya geerntet. Jetzt hoffen wir mal, dass der Abstieg auch noch klappt. Ja, da muss ich wieder an meinen Vater denken. Das war ein guter Gedanke mir, diese Steigeisen zu besorgen. Und was sagst du? Das macht Spaß. Wirklich? Wenn das Ding nicht so schaukeln würde da oben. Fantastisch. Das ist unser Frühstück gesichert. Ja. Jetzt geht's an die Plantanenernte. Schon wieder ist ein Tag rum. Die Sonne geht unter. Neugierig. Security bestimmt. Bist du biet? In Englisch? Das ist ein Bucher. Das ist ein Bucher. Das ist ein Bucher. Ja. Ja. Da. Priviert. Prohibiert. Priviert. 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 Por favor. Yesterday war es unabhängig. Die Pläne ist gut. Okay. Die Pläne ist gut. Ah, okay. Da, da, da? No. Por favor. Okay. Okay. No se puede ensuciar. Okay. Okay. No problem. Okay. Gracias. No problem. Pueblo? No, el pueblo tiene que irse por mar y frente al pueblo. Ah, no? No. Por el moracino. Por favor, se vamos agradecer. Ah. Si ustedes vienen, no ensuciar, están caminando tranquilo. Okay. Es esta área privada. Privada. Nachdem der Glen heute zwei Trägerfische gefangen hat, gibt es jetzt erstmal ein Belohnungsexpresso. Heute ist der 8. November. Wir hatten wieder herrliches Wetter heute. Und werden wahrscheinlich heute Abend herrlichen Fisch essen. Und so sehen dann die Hände aus, wenn man Trägerfisch den ganzen Tag ausgenommen und filetiert hat. Oh, wie von so einem Waschweib. Naja. Und einer kommt noch, hoffentlich. Und noch einer? Ja. So können wir morgen Barbecue machen. Okay. Der Lederbezug von unserem Ruder hat sich aufgelöst. Und die Annette, die möchte jetzt gerne das mit einem Seil neu umwickeln. Ja, sowas zu tun. Siehst, dann geht es halt auch die ganze Zeit auf. Das ist ja doof. Ja. Das auch nicht. Es wird immer noch diskutiert, wie denn der Knoten funktioniert. Also, es sind viele Punkte, die du gegendrücken musst. To keep it all from coming und done. Do you may wish, and you may wish you had more hands, but it is possible if you just have patience. Das ist schon mal gut. So, das ist das erste Ergebnis. Aber, ich habe gehört. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Man kriegt die Strippe nicht durchgezogen. Eigentlich müsstest du jetzt die Strippe oben dicht ziehen, dass die Schlaufe weggeht. Die Schlaufe muss hier unten drunter durch, damit das dann fest ist. Und das funktioniert leider nicht. Okay. So. Also, wieder aufmachen. Okay. Jetzt geht es hier aber mit Vollspeed voran. Damit wir morgen auch mit einem guten Steuerrad nach San Jose fahren können. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Ich hoffe ja. Du hoffst ja. Das musst du dir selbst wissen. Ja, ich denke schon. Ja, dann guck doch mal hier in die Kamera. Gestern bei Schnorcheln sind wir in Kontakt mit Quallen gekommen. Und so sieht das hier heute Morgen bei mir auf meinem Arm aus. Der Glenn hatte sofort gestern ein bisschen was, bei dem ist es weg. Aber bei mir ist es heute Nacht erst gekommen. Und bei Annette auch ein bisschen. So, wir segeln nach San Juan. Herrlicher Wind. Zwei Knoten. Fünf Knoten Fahrt. Hinter uns liegt Gisela Pedro Vanzales. Da waren wir jetzt schon wieder eine Woche. Unser Schriftzug von der Limelight. Hat ein wenig gelitten. Das I hat sich gelöst. Jetzt ist der Glenn auf dem Weg. Michael zieht ihn raus. Und er wird jetzt versuchen, das festzukleben. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Oh, es passt. Ein bisschen höher? Ja, ein kleines bisschen höher. Ich hab's noch nicht runtergeguckt. Guck mal runter. Da waren wir doch gerade. Und der Michael braucht da nicht hoch. Ja, ein kleines bisschen größer als die letzten. So sieht das von hier oben aus. Und da vorne. Sie sehen aber auch rot. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man die richtig sehen kann jetzt. Die Annette. Wo macht sie? Gut filmen. Angekommen in San Jose. Südostseite vor der Hacienda de Mar. Und der Glenn, der hat hoffentlich, jetzt wo er das Ding hier untermacht, den Stöpsel schon reingemacht. Nicht, dass das Wasser alles wieder reinläuft. Prost, hab schönen Dank, dass du uns hierher geführt hast. Und uns einen Fisch geschenkt hast. Und kleine Wellen und wenig Wind. Lass das Wetter bitte so bleiben die nächsten vier Tage. Das war super. Coole Tour. Es ging ja alles aufs Schiff. Prost. Prost. Cheers. Cheers, cheers, cheers. Und hier im Resort Hacienda Del Mar. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier in der Bar was zu trinken bekommen. Und morgen auch was zu essen. Fruchtbar. Ja. Richtig schön angelegt hier alles. Kultiviert. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir hier willkommen sind. Und hier gibt es sogar Iguanas. Haufen auch nicht weg. Das sieht ja fast aus hier wie in den Alpen. Herrlich bis jetzt, die Anlage. So, wir haben jetzt eine Führung bekommen, hier in der Hacienda del Mar. Ah, okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich mache eine kleine Exkursion und versuche hier die Farm zu finden, wo Gerda und Dieter, zwei Deutsche, 30 Jahre lang gelebt haben. Das soll hier irgendwo sein. Mal schauen, ob ich das finden kann. Hier liegt schon mal ein altes Boot, aber das ist bestimmt nicht von den Zweien. Das ist ein etwas neueres Boot. Sieht zwar aus wie ein Segelboot, aber... Nein, glaube ich nicht. Wow, hier kommt sogar ein Süßwasserfluss rein. Das ist ja irre. Da könnten wir ja Wäsche waschen. Hier sind ein paar Mauerreste. Es könnte sein, dass die hier gewohnt haben. Es ist nicht weit bis zum Meer. Das ist gleich da vorne. Und hier ist gleich Süßwasser. Hoffentlich keine Krokodile. Aber ich habe noch keine Krokodilspur gesehen. Hier ist so ein Trampelpfad, aber scheint nicht von Menschen begangen zu sein, weil da kommt man ja nicht so richtig durch. Also ich vermute mal, dass das hier die Wildschweine sind. Weil hier auf der Insel gibt es nämlich Wildschweine. Und das ist alles Süßwasser. Und das ist alles süßwasser. Und das ist alles süßwasser. Das sind so die Momente, die man genießen kann, wenn man mit dem Segelboot unterwegs ist. Dafür sind wir unterwegs. Jetzt hoffen wir, dass wir auch weiterkommen. Wir werden demnächst mal berichten, wie unsere Planung aussieht. Es ist momentan alles nicht so einfach. Wir haben unser Permit hier für Panama bis zum 2. Dezember und dann müssen wir sehen, ob wir etwas verlängern können oder ob wir vorher irgendwo anders hinfallen. Ah, die Annette liegt wieder in der Hängematte. Schaukelt aber ein bisschen, oder? Und da im Hintergrund ist die Hacienda del Mar. Michael hat morgen Geburtstag und heute gibt es ein wenig Zuckerbäckerei. Was machst du da? Pop Quinoa mit Kokosöl, ich mach das noch, Honig und Erdnussblut. Plätzchen. Und das werden dann? Kügelchen, die im Kühlschrank landen. Erstmal bis morgen, bis morgen früh. Und außerdem gibt es noch Rumkugeln. Und der Glenn knetet schon mal den Teig für Brötchen oder Baguette, was auch immer wir draus machen wollen. Die soll ich morgen ganz früh frisch auf den Ofen geben. Mit ein bisschen Mohn drauf. Das dürfen wir nicht zu laut sagen, mein Papa liegt ja oben. Stimmt. Und hier wird schon mal die Milch erwärmt. Der nächste Versuch, Cotton Cheese zu machen. So, heute ist der Geburtstagmorgen von meinem Papa. Wie alt wirst du denn? Das fragt man ganz früh am Morgen. 56 Jahre alt, ehrlich. Das ist ja schön. Ich fühle mich aber heute Morgen wie ... 65? 32. Da war es. Ja, drei Tage behandle ich das jetzt schon mit Aloe Vera. Ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich hätte nie gedacht, dass diese blöden Tentakel da sowas verursachen können. Papas Geburtstagsgeschenk wird übergeben. Oh, Mohnbrötchen. Es gibt richtige Mohnbrötchen. Oh, mit Nutella und Quark. Fack? Hoffentlich. Super. Gute Idee. Dankeschön. Gar nichts. Geburtstagschwimmen. Geburtstagschwimmen. Herrlich. 26 Grad warm. Total klar. Rückwärtszeichen. Hervorragend. Können wir das normal sehen? Nee. Patsch. So. Zwei Runden in die Schwommungsländer ist fertig. Was hast du denn da? Das habe ich geschenkt gekriegt. Das ist ein Pralinen-Sortiment à la Glenn und Annette nach dem Rezept von Isla San Jose. Ja. So könnte man es nennen. So könnte man es nennen. Alles aus Naturprodukten mit einer Perlenmuschel von den Las Perlas. Das passt ja. Dazu gibt es, was ist das? Frischkäse. 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 Da war am Rand schon, ne? Ja. So. Mh. Ein Leckerli. Oder auch einen? Nachher, ne? Nachher. Wir können warten. Wir können warten, ja. Soll das denn jetzt heißen. Also wir haben auch noch was in den Kühlschrank. So. 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 Defecto. Wow. Wow, wunderschön. Wundern? Wie ist es? Ganz angenehm. Playa Esmeralda. Playa Esmeralda, ah, muy bien. Wir sind auf dem höchsten Punkt von Isla San Jose. Ganz oben. Und das ist unser Guide. Mika. 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 Mika, ah. Mika, say hello. Hello. Mika. 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 Jawoll, Mikaels Geburtstagstour 2020. Ich kann nicht so lächeln, weil dann die Fliegen mir alle zwischen den Zähnen kleben. Ich kann nicht so lächeln, weil die Fliegen mit einem Zähnen kleben, wenn die Fliegen an der Fliegen. Ich kann nicht so lächeln, wie die Fliegen. Guten Morgen! Ja, ich hatte gestern einen super Geburtstag. Wir haben hervorragend gefrühstückt. Wir waren an Land, haben eine schöne Quad-Tour gemacht, haben super zu Abendbrot gegessen. Einmal richtig schöner Geburtstag gesagt. Aber diese Nacht, das war wieder einer dieser Nächte, die braucht man nicht. Also, es war kein Wind. Es hat geschaukelt. Dann fing es an zu regnen. Wir mussten die Lupen zu machen. Es waren gefühlt 35 Grad in der Kabine. Also, viel habe ich nicht geschafft. Heute werden wir jetzt hier den Lankerplatz in San Jose verlassen und fahren wahrscheinlich nach Viveros. Und da werden wir wieder eine ruhige Nacht haben. Musik 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 Nein, nein, nein. Oh, Thomas, wenn du dich anst, in deinem Wunschung immer noch, du wunschst, du wunschst. Oder du wunschst, du wunschst. Ja, ja, ja. Wenn du wunschst, du wunschst, wunschst. In deinem Wunschst, du wunschst, wunschst, du wunschst. Vielen Dank.